Hallo, ich zeige euch jetzt, wie du aus der Hocke, aus diesem Fersensitz in verschiedenen Winkeln zum Stehen kommen kannst. Eine ökonomische Möglichkeit. Auf dem einen Knie, auf dem anderen Fuß. Dreh, hoch, zurück, runter, dreh, hoch, zurück, runter, dreh, runter. Vorne, das Gleiche. Gibt es einen Impuls rein, gibt es einen Impuls vom Fuß nach vorne, nach hinten. Wenn Fuß. In dem Moment, wo das Knie im Boden rührt, drehst du auf den Knie und setzt sich nach hinten. Hoch, Impuls, nach hinten, und runter. Okay, viel Spass dabei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.